Das Flipped Classroom-Konzept war ja auch neu für mich und ich hatte am Anfang Zweifel, wie sehr man die Studierenden sich selbst überlassen kann. Wir hatten das Glück, dass wir schon auf Inhalte zurückgreifen konnten, weil ich in dem Bereich schon viel klassische Lehre gemacht habe. Es gibt gerade in der Dermatologie natürlich noch viele Möglichkeiten, das Flipped Classroom-Konzept zu nutzen, auch für andere Themen. Mein Name ist Cornelia Erfurt-Berge, ich bin Oberärztin an der Hautklinik am Uniklinikum Erlangen. Ich bin dort auch die Lehrbeauftragte und außerdem die Leiterin des Wundzentrums Dermatologie. Und deswegen habe ich heute als Beispiel hier auch das Modell eines diabetischen Fußes mitgebracht, denn wir haben im Flipped Classroom-Konzept das Thema Wundmanagement angeboten. Der Kurs, den wir im Flipped Classroom-Konzept angeboten haben, war ein Wahlpflichtfach. Das erste Mal, dass wir an der Hautklinik ein Wahlpflichtfach angeboten haben und auch das erste Mal, dass wir das Flipped Classroom-Konzept umgesetzt haben. Somit unterscheidet sich diese Veranstaltung komplett von unseren bisherigen regulären, curricularen Veranstaltungen wie Vorlesungen oder Blockpraktikum. Der Kurs setzt sich zusammen aus vier Präsenzterminen und drei Online-Lernphasen, die über ein Semester als Wahlpflichtfach angeboten waren für Studierende der Humanmedizin in den klinischen Semestern. Das heißt, zwischen fünften und neunten Semester hatten wir Teilnehmende. Also auch recht unterschiedlich, was die Vorerfahrungen anging. Und das Thema ist die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit komplexen chronischen Wunden. Dieses Thema bietet sich an für die Verzahnung zwischen Theorie in den Online-Phasen und Praxis in den Präsenzphasen, weil hier sehr viele praktische Tätigkeiten geübt werden können. Und hierfür konnten wir dann Zeit schaffen durch das Flip Classroom-Konzept, indem wir die theoretischen Inhalte auf die asynchronen Lernphasen verlegt haben. Es ist im Humanmedizinstudium so, dass das Thema Wundmanagement selten kompakt gelehrt wird, sondern meistens nur ja auch wieder in den praktischen Phasen vorkommt, wie Formulaturen oder praktischem Jahr. Aber es gibt kaum Lerneinheiten, die dieses Thema einmal umfassend beleuchten. Und deswegen war es mir persönlich ein Anliegen, das thematisch anzubieten. Und das hat sich jetzt im Flip Classroom-Konzept sehr gut möglich gemacht, das hier dann auch als Wahlpflichtfach umzusetzen. Wir hatten schon vor der Corona-Pandemie eigentlich begonnen, digitale Lehrangebote in der Dermatologie zu entwickeln. Kurzfilme, interaktive Fallbearbeitungen, die im StudOn bearbeitet werden können. Und es war immer die Überlegung, wie können wir das eigentlich mal alles zusammenpacken und welches Konzept können wir damit anbieten. Und das war jetzt wirklich eine gute Fügung hier, das Flip Classroom-Konzept umsetzen zu können und das in einem neuen Wahlpflichtfach anbieten zu können. Wir haben zunächst mit einem Präsenztermin begonnen, um die Studierenden, die gerade in der Humanmedizin meiner Meinung nach noch nicht so viel Kontakt mit solchen Flip Classroom-Konzepten hatten, auch darauf vorzubereiten, sodass wir dann in der ersten Präsenzphase erklärt haben, wie die asynchronen Lernphasen in StudOn ablaufen sollen. Wir haben im StudOn einzelne Module angeboten mit unterschiedlichen Themen zum Wundmanagement, die dann auch nach und nach, meistens in einem wöchentlichen Rhythmus, freigeschaltet wurden. In diesen Modulen gab es unterschiedliche Themen, aber auch unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten. Wir haben auch hier versucht, viel praktische Inhalte oder Bezug zur Praxis mit einzubauen, indem wir zum Beispiel eine Fallbearbeitung als Modul angeboten haben, wo die Studierenden immer wieder die Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten, entweder in Quizform oder tatsächlich als Freitext zum Beispiel eine Wunddokumentation einzugeben und dann anhand von Bildmaterial oder wirklichen Fallbeispielen hier das Ganze zu bearbeiten. Es gab dann neben der ersten organisatorischen Phase noch drei Präsenztermine, in denen wir mit den Studierenden vor allem praktische Übungen durchgeführt haben. Dazu gehörte zum Beispiel das Anlegen und Beurteilen eines Kompressionsverbandes, eine Messung des Knöchelarmdruckindexes oder auch die Anlage von Wundauflagen an schwierigen Stellen, wie zum Beispiel diesem Fußmodell, wo das ja nicht ganz so einfach ist, und auch so eine Art Warenkunde, also die verschiedenen Wundauflagen, die es gibt, einfach mal in die Hand zu nehmen und damit praktisch zu arbeiten. Das war uns hier ein besonderes Anliegen. Zusätzlich zu den Präsenzsitzungen war ein Teil auch der Prüfungsleistung dann eine Hospitation im Wundzentrum, also wirklich die Arbeit oder Mitarbeit am Patienten und hier auch nochmal die Möglichkeit, die theoretischen Kenntnisse aus den Online-Phasen dann wirklich direkt in die Praxis zu übertragen. In den Präsenzphasen haben wir durch die praktischen Übungen, die dann noch in kleineren Gruppen durchgeführt wurden, Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Studierenden geschaffen. Auch in Übungen wie Murmelgruppen oder Brainstorming wurde das nochmal gefördert und ich als Lehrende, aber auch die studentischen Tutorinnen waren immer mit anwesend, sodass hier dann auch Fragen aus den asynchronen Phasen noch geklärt werden konnten. In den Online-Lernphasen hatten wir für die Studierenden die Möglichkeit eines Forums eingerichtet für inhaltliche, aber auch technische Fragen und haben sehr viel auch per E-Mail kommuniziert, immer wieder Erinnerungs-E-Mails geschickt und standen hier auch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Und ein Teil der Prüfungsleistung war eine Gruppenarbeit, ein sogenannter Journal Club, also das Bearbeiten eines wissenschaftlichen Papers und Vorstellungen in der letzten Präsenz in einer Gruppe von drei bis vier Studierenden. Als Prüfungsleistung waren mehrere Teile notwendig. Zum einen die regelmäßige Teilnahme an den Präsenzsitzungen, aber auch das Bearbeiten der Online-Module und dann auch die Hospitation im Wundzentrum, die nochmal acht Stunden umfasst hat, sowie die Möglichkeit auch im Dermatochirurgischen OP einmal mitzuschauen. Und aus dieser Hospitationsphase waren die Studierenden dann für die Prüfung aufgerufen, einen Fallbericht zu erarbeiten und den im Plenum in der Gruppe in einer der Präsenztermine nochmal vorzustellen, um diesen Fall dann auch zu diskutieren. Und der letzte Teil der Prüfungsleistung war die Vorstellung eines wissenschaftlichen Papers. Das war eine Gruppenarbeit, die wir zu Beginn des Semesters schon angekündigt haben, sodass sich dann schon die Gruppen zusammenfinden konnten, die über das Semester dann dieses Paper ausgearbeitet haben und in einer kurzen Präsentation dann beim letzten Präsenztermin der Gruppe nochmal vorgestellt haben, sodass das auch nochmal diskutiert werden konnte. Und es war auch ein wichtiger Aspekt, den wir uns am Anfang überlegt hatten, dass wir auch so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten nochmal reinbringen wollen. Wie geht man überhaupt mit solchen Publikationen um aus diesem Themenbereich und was sind vielleicht auch kritische Punkte, die man hier aufbringen kann? Wir haben sehr intensiv evaluiert in dieser Phase, wirklich jedes einzelne Modul hier nochmal abgefragt. Das hat uns aber auch viel gebracht für die Zukunft, würde ich sagen, wo wir festgestellt haben, welche Radmedien kamen gut an, was kamen nicht so gut an. Also was wir gelernt haben, war, dass man gerne kleine Häppchen hat, dass wir keine 45-Minuten-Vorlesung hier verschalten sollten, weil das tatsächlich als zu lange empfunden wird. Und gerade dieses Interaktive mit dazwischengeschalteten Fragen, die dann nochmal so ein Video unterbricht, das kam eigentlich sehr gut an. Also ich fand es ein sehr spannendes Projekt, war auch sehr motivierend für mich und meine Lehrtätigkeit. Es war am Anfang viel Arbeit, muss man klar sagen. Wir hatten das Glück, dass wir schon auf Inhalte zurückgreifen konnten, weil ich in dem Bereich schon viel klassische, sage ich mal, Lehre gemacht habe, sodass die Inhalte eigentlich schon da waren. Wir aber dann schauen mussten, wie können wir die transferieren in die Online-Angebote. Das war alles neu für mich. Auch die technischen Möglichkeiten, die man hat, das fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Das Flip Classroom-Konzept war ja auch neu für mich. Und ich hatte am Anfang Zweifel, wie sehr man die Studierenden sich selbst überlassen kann im asynchronen Lernen. Das habe ich aber jetzt angenommen, Ihnen da auch wirklich was zuzutrauen und vielleicht auch in den Präsenzphasen noch mehr zu zeigen, dass das notwendig ist, dass man sich vorbereiten muss, um dann in den Präsenzphasen mitzukommen. Und was ich auch gelernt habe, ist die Wichtigkeit dieser Verknüpfung zwischen Online-Phase und Präsenzphase. Also dass man doch immer ein Element hat, was man in der nächsten Präsenz dann wieder aufnimmt. Mein Tipp wäre, weniger ist mehr. Das haben wir tatsächlich gelernt. Wir wollten sehr viel, sehr viele Inhalte unterbringen, wo wir jetzt feststellen, das geht einfach nicht sowohl in den Präsenzen als auch in den asynchronen Online-Lernphasen. Man muss sich hier auch nochmal auf das Wichtigste konzentrieren. Man kommt natürlich aus dem Fach, will einfach all sein Wissen mitteilen, aber man darf die Studierenden da, glaube ich, auch nicht überfordern. Ich glaube, zum Digitalisieren der Lehre ist es wichtig, dass man einen Plan hat am Anfang. Also wir haben dann wirklich auch eine Art Stundenplan erstellt, in den wir auch die Inhalte dann nochmal eingefügt haben und uns, bevor wir irgendwas online erstellt haben, einen Plan gemacht, was soll wann passieren, welche Inhalte wollen wir da reinbringen. Dann haben wir natürlich geguckt, was haben wir schon an Materialien da, was können wir digital aufbereiten. Das hat uns, glaube ich, viel geholfen, gerade in der Anfangsphase. Das war wichtig. Und diese Verzahnung zwischen Präsenz und Online, das ist mir zum Schluss hin nochmal klar geworden, wie wichtig das ist, gerade weil wir eben auch nur vier Präsenztermine haben. Der erste geht schon für Organisation drauf und dann sind es eigentlich nur noch diese drei, wo wir versuchen müssen, auch die Gruppe kennenzulernen. Das war auch ein relativ kurzer Zeitraum, um hier eine Lehrenden-Studierenden-Beziehung herstellen zu können. Also wir werden das Wahlpflichtfach auf jeden Fall weiter anbieten, auch weiterhin im Flip-Classroom-Format. Also wir bleiben auf jeden Fall bei dem, was wir jetzt erstellt haben, haben aber auch schon im Team, ich werde unterstützt von drei studentischen Tutorinnen, im Team haben wir schon selber nochmal eine Evolution durchgeführt und uns schon überlegt, an welchen Punkten hakt es noch, was wollen wir vielleicht anders organisieren, welche Inhalte können wir streichen, auch das haben wir besprochen, und welche gerade Online-Angebote werden wir nochmal überarbeiten, wo vielleicht doch das eine oder andere Feedback jetzt negativ war oder ein Vorschlag kam, wie man es besser machen kann. Ich habe jetzt mein Spezialgebiet, die Wundversorgung, gewählt, aber es gibt gerade in der Dermatologie natürlich noch viele Möglichkeiten, das Flip-Classroom-Konzept zu nutzen, auch für andere Themen, wo sich Theorie und Praxis gut miteinander verknüpfen lassen würden. Das Flip-Classroom-Konzept zu nutzen, auch für andere Themen. Untertitelung des ZDF, 2020